Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit der mobilen Kamera, weil ich gleich noch das Set zeigen will, wo ich jetzt eine Woche lang, ne, eine Woche lang, ich habe drei Tage produziert, eigentlich nur drei halbe Tage. Und es kam über siebeneinhalb Stunden Content raus. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich brauche vier Tage, am Ende kommen fünf bis sechs Stunden Content raus. Aber es ist einfach nur geflutscht. Ich habe jetzt Montag, Dienstag und Mittwoch immer zwischen 7 Uhr und 12.30 Uhr Videos aufgenommen für das neue Baby, die Performance, Bootcamp Academy und allein im Hauptteil schon über sieben Stunden. Und da wird noch einiges nachgereicht und Extras und Bonus und so weiter. Ich zeige euch mal ganz kurz das Set, wie das Ganze aussah, im Prinzip so wie immer. Da ist es. Das war er, der Arbeitsplatz. So, jetzt brauchen wir noch die Schärfe. Upp, da sind wir wieder zurück. Das ist er, der Arbeitsplatz. Hier habe ich die ganze Zeit aufgenommen. Und jetzt gerade bin ich noch im Hintergrund dran, mit Dennis so ein bisschen das Color Grading abzustimmen. Denn das Team sitzt schon am Videoschnitt. Das heißt, es geht jetzt alles rasend schnell. Die ersten 20 von euch sind auch schon safe im Pre-Launch. Also, wir haben noch keinen Link bekommen, aber von mir die Zusage, dass ihr auf jeden Fall dabei seid. Und ich schätze mal, in den nächsten zwei, drei Tagen bekommen die ersten 20 den Zugang. Und dann werden auch schon die ersten Videos hochgeladen. Wie gesagt, der Schnitt dauert jetzt natürlich noch eine Weile. Aber alle, die den Pre-Launch haben, kommen relativ früh rein. Und es ist richtig geil geworden. Also, über sieben Stunden im Hauptteil. Also, es war meine Messung jetzt. Ich habe immer mitgeschrieben. Das ist schon hart. Also, das ist schon ein bisschen viel. Eigentlich wollte ich nur so fünf bis sechs Stunden. Aber es gab halt viel zu erzählen. Ein Kapitel werde ich noch nachreichen. Das ist nicht von Anfang an mit drin. Das Thema Karma und Spiritualität. Das kommt noch. Ich habe mich jetzt erstmal auf alles, was Performance angeht, konzentriert. Lebenseinstellung, Weitsichtigkeit, Adlerperspektive, Mentale, Energie, Begeisterung und so weiter. Alles, was To-Be-Masterclass mit drin. Genau. Aber ich bin froh, dass es jetzt durch ist. Ich gönne mir jetzt erstmal eine Pause. Und dann geht es in den Mitgliederbereich. Ja. Aber geil war es. Ich wollte mich nur kurz melden. Ab die Tage geht es dann hier wieder um andere Themen. Aber das ist einfach so der Abschluss der Produktion jetzt. Ich bin happy. Und ich bin auch stolz. Innerhalb von drei halben Tagen über sieben Stunden Content. Das ist eine Maschine. Aber genau wie das funktioniert, dieser Beast Mode, wird ja im Training erklärt. Also, ihr seht anhand von Videoproduktion, sondern mit Einstellungen. Mit Prinzipien und so weiter. Wie man so ein Paste geht. Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Bis dann.